Während ihrer Fahrt durch das malerische Sachsen gerät ein Ehepaar in einen hitzigen Streit über die korrekte Aussprache des Ortsnamens Schobbau. Die Diskussion eskaliert, je näher sie dem Ort kommen und beschließen kurzerhand, eine kurze Pause für das Mittagessen einzulegen, um die Gemüter zu beruhigen. Als sie sich an den Tresen stellen, wirkt die Kellnerin wie ein Hoffnungsschimmer inmitten ihrer hitzigen Debatte. Der Ehemann wendet sich höflich an sie und bittet um ihre Hilfe. Entschuldigen Sie die Störung, aber könnten Sie uns freundlicherweise behilflich sein, bevor wir unsere Bestellung aufgeben? Könnten Sie bitte ganz langsam aussprechen, wo wir uns gerade befinden? Die Kellnerin überlegt, nickt verständnisvoll und beugt sich über den Tresen. In langsamen, betonenden Worten sagt sie, Burger King.